Mondnacht Es war, als hätt der Himmel die Erde still geküsst, Daß sie im Blüthenschimmer von ihm nun träumen müßt. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, Es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, Flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Mondnacht Ein Lieblingsbild von Eichendorf. Nicht unbedingt die Nacht oder der Mond, aber mit der Nacht alleine zu sein, egal ob wie hier in der freien Natur oder wie im Gedicht in Danzig in der Stadt und gerne auch am Weihnachtsabend wie im Gedicht Weihnachten. Als wenn die Nacht nur für den Sprecher da wäre. Es war, als hätt der Himmel die Erde still geküsst. Still ist unter den Worten mit Eichendorfs Lieblingslaut »sch« ein besonderer Favorit. »Daß Sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müßt.« Die Blütenschimmer natürlich silbrig im Mondlicht, überhaupt ist die ganze Landschaft vom silbrigen Licht des Mondes verzaubert, ein schlafendes Kind von jemandem geküsst und darum von ihm träumend. Da gibt es nicht viel zu deuten. Es geht vor allem um den Klang der vielen rauschenden Konsonanten, die wie die Luft durch die Ähren und die Bäume gehen. Das »so« ist natürlich nicht ganz logisch, als wenn eine Nacht so sternklar sein könnte, daß davon die Wälder rauschen. Es ist ein rein gefühlsmäßiger und eben klanglicher Zusammenhang. »Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.« Der Anflug einer Paradoxie. »Die Seele scheint nach Hause zu fliegen, indem sie sich von ihrem Besitzer entfernt?« Das Umgekehrte ist das, was eigentlich gefühlt wird. Die stillen Lande werden vom Betrachter so intensiv aufgenommen, daß sie ganz von der Seele verschlungen werden. Die ganze, vom Mond beschienene Landschaft wird gewissermaßen von der Seele umarmt. Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie sich das anfühlt, lohnt es sich, Robert Schumanns Vertonung anzuhören, am besten im Zusammenhang mit dem ganzen Liederkreis Op. 39, wo es den Mittelpunkt noch mehr, den absoluten Ruhepunkt, einnimmt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020